Hallo Freunde der rosa flauschigen Unterhaltung und herzlich willkommen zu Hello Kitty Online. Es ist wahnsinnig toll und, aber ich spiele natürlich nicht alleine, denn ich habe noch hohen Besuch dabei und zwar Prinzessin Glitzer Muffin. Genau, Prinzessin Glitzer Muffin. Wollen wir sie alle mal rufen? Prinzessin Glitzer Muffin, bist du auch da? Nein. Das ist der Holika, den ihr da hört. Das ist nämlich, wir spielen Hello Kitty Online, weil es eine Bestrafung für Holika sein wird vom Flu. Ja, Holika, erzähl doch mal, was hast du gemacht? Ja, ich habe ihn zwei, drei, vielleicht auch ein paar mehr Stunden sitzen lassen zum Aufnahmetermin und das ist jetzt meine Bestrafung, die Leute gevotet haben und zumindest habe ich dich jetzt dabei. Nein. Es wird so gut, es wird einfach super. Also, wir nehmen mal hier Wonderful International Server, würde ich sagen. Ich bin mal schon einen weiter, also in der Charakterverschreibung. Okay, du hast ja den Namen auferlegt gekriegt, Prinzessin Glitzer Muffin zu heißen oder einfach nur Glitzer Muffin. Ich war, was war ich denn? Ich war Laser Cupcake, ne? Mhm. Gucken wir mal, ob der Name noch funktioniert. Name akzeptiert. Du bist ein weiblicher Charakter natürlich. Und hier, ich habe mir natürlich auch in Schale geworfen, das kann ich gerade mal in der Facecam zeigen hier. Aber das Zeug nervt tierisch, deswegen nehme ich das auch wieder ab. Naja, warte, ich werde mal kurz hier die Charakter noch erstellen. Wie kann ich das Datum ändern? Achtung. Es wird super. So, hier muss ich 05 eingeben. Ich nehme mal mein Geburtsdatum. Jetzt wissen alle, ich habe am 25.05. Geburtstag. Hier kann man sich sogar die Blutgruppe einstellen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich harte Gemetzel und wenn ich dich dann reviven will, muss ich dieselbe Blutgruppe haben wie du oder was? Ich nehme einfach mal 0. Wobei, ich nehme A. Ich bin auch selber A. Ich nehme auch A. Ja, doch. So, Haarfarbe, das können wir nicht noch. Also, was ich auch sehr erschreckend finde, ein wenig an dem Spiel ist, dass der männliche Charakter irgendwie weiblicher aussieht als der weibliche. Oh, die Frisuren sind toll. Wie viel gibt es denn? Oh, ein paar. Ein paar sind wir schon, ja. So fünf. Läuft, was? Dann mache ich mal hier. Da kann ich irgendwie die Haarfarbe, nee, das ist die Hautfarbe. Also, nee, Gesicht. Oh, Alter, was ist das? Das Face, bist du auch bei diesem Serious Face? Ich weiß, ich bin bei diesen, mit diesen Augen, die total fertig aussieht. Was? Muss ich mal gucken. Oh, ein Chinese. Das ist ein nach den blauen Augen. Ein nach den blauen Augen. Nach rechts. Ach so. Nee. Ich nehme hier, was nehme ich? Chinese? Nee, ich nehme hier, ihn hier. Serious Face. So, okay, alles klar. Laser Cupcake betritt den Server. Was kann man hier denn machen? Was ist denn das? Location, Dream Carnival. Kann man da was anderes? Nee, Level 1. Planting Level. Was gibt es denn hier noch? Gathering. Woodcutting. Mining. Forging? Ach, Forging. Carpentry. Cooking Level. Und Tailoring Level. Das ist auch gut, dass ich das Spiel auf Deutsch habe. So, genau, was ich gerade sagen wollte. Dann haben wir geguckt und es gibt tatsächlich Hello Kitty Online, wie ihr gerade seht. Und, ja, keine Ahnung. Es sah so gut aus, dass wir gesagt haben, okay, Holika, du musst das spielen. Und ich habe gesagt, alles klar, da bin ich dabei. Also diese Wasseranimationen sind schon krass. Bestätigen, wenn du mir nutzt ein Flash-Tutorials, okay? Ernsthaft? Ist das wirklich krass? Guck mal, ja, guck mal. Oh ja, die Wasseranimationen sind hammer. So, was kann ich denn jetzt mit dir machen? Hier, rechtsklick. Als Freund hinzufügen. Das kann ich doch erstmal machen. Was können wir hier nochmal? Handeln, folgen. Oh, ich kenne der Folgen. So, laufe mal irgendwo hin. Geil. Okay, ich finde, wir sollten den erstmal ansprechen. Hier, rechtsklick. Hallo, hallo, willkommen zum Traumkarnaval. Dieses magische Ort ist full of amazing things. Du kannst mit Wanda überwärmt werden. So, ich versuchte, dass du mit dem Polizisten gesprochen hast. Weil er die Traumkarnaval-Guardianen handelt. Hopp-laufe jetzt. Du, tschüss. Achso, annehmen. Das ist eine Quest anscheinend. Hä, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Ich glaube, das ist ja da. Da ist der Polizist. Du, tschüss. Slow down, sehr, kiddo. What you need first of all is the Guardian. Okay, Guardian. Okay, welchen Guardian willst du denn? Nimmst du Guardian Roboter? Tricky Boo? Oder Bun Bun? Ah, komm. Ich nehme Roboter. Roboter. Okay. Ich glaube, ich nehme Bun Bun. Ein Guardian. Bun Bun. Pick me as your Guardian as well. I have a great time. Ja, ja, okay. Ich will Bun Bun. Hello, I'm your Guardian. Oh, it looks like you're for a world crash and why not... Was auch immer. Ja, komm. Wir wollen ja ein bisschen was sehen hier von der Welt. Oh, wo muss ich denn jetzt mit ihm sprechen? Muss ich mit dem hier sprechen? Nein, du musst deinen Typen jetzt ansprechen. Oh, er folgt mir. Alter, seht ihr das? Diese Killer-Maschine von Roboter. Hier, der hat auch eine Quest für mich. Voraussetzung. Sparkly Dust. Oh, wir müssen jetzt was killen. Talk to DreamCon sagt er, Dreamfragmentle berichten. Okay, was war der Couple of Features hier in the DreamCon? Was? Das Spiel ist voll kompliziert, Holika. Hä? Jetzt habe ich einen deutschen Text. Oh, ein neuer Besucher. Spricht mal mit mir und ich gebe kein Geschenk. Wo hast du den denn jetzt her? Zeit, sich in Schale zu werfen. Ah, das ist eine... Das ist hier eine Dings. Die Schlangen sind das. Mal sehen, was der Boa-Konstrukt hat. As much as Dreamcarneval is for a fun place, I still have to go to school because school is awesome. However, this homework is such a Darned-Noodle-Scratcher. Was? Ein Darned-Noodle-Scratcher? Was ist denn ein Noodle-Scratcher? Das klingt... Ich merke, das Spiel ist nicht für uns gemacht. Irgendwie habe ich da böse Gedanken, weil so ein Noodle-Scratcher ist bei mir ein bisschen das andere. Play Hanamaru's Bunkaroo. Okay, ich muss Hanamaru's Bunkaroo spielen. Oh, ein Spiel! Ein Spiel! Oh Gott! Okay, das ist garantiert... Äh... Minus? Nein! Minus! 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 Verdammt! Doppelverklick! Nein! Oh Gott, bin ich schlecht! Ich kann nur das Einzige, was ich klicken kann, ist nochmal spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Weiß, 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 weiß? Glitzer Muffin bricht auf in die neue Welt. Glitzer Muffin und Laser Cake! Okay, was kann ich denn da kaufen? Pinch of Sugar. Wie lange geht das? Pinch of Sugar. Äh... Ich würde gerne die Saison... Ich würde gerne die Kuh... Ist das das coole Ding zu haben? Irgendwie kann ich bisher nur... ...was aus der ersten Reihe kaufen. Hm. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein! Ich bin so glücklich, zu viele Dinge zu tun. Hm, wo soll ich erst gehen? Ja. In die Klapsmühle, Alter! Oh, hier, guck mal, hier ist Chucho! Hallo, Chucho! Beliebe es oder nicht, ich bin ziemlich hilfreich, wenn es zur Karpentur kommt. Ich werde einen guten Karpentur sein, einen Tag. Ja, okay. Nein! Ich glaube nicht, nein. Oh, hier, hier ist Cinnamon. Hat er die anderen Cinnamon-Minis verloren? Ich habe ein... Ich habe gerade ein frisches Blech Zimtschnecken gemacht. Möchtest du ein paar? Oh ja, Zimtschnecken wäre geil, aber gibt er uns irgendwie nicht. Können wir nicht irgendjemandem auf die Fresse hauen in dem Spiel? Das muss doch möglich sein, hier irgendjemandem auf die Fresse... Oh, guck mal, da ist Hello Kitty! Wo denn? Hier! Da, Hello Kitty! Hallo, mein Freund. Dieser magische Ort hier ist der Dream-Karneval. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Aufenthalt. Es gibt viele Dinge, die du machen kannst. Was denn? Hä, waren wir nicht gerade eben Dream-Karneval? Da klickst du auf Fortsetzung und das ist einfach eine leere Seite. Sehr informativ, Hello Kitty, sehr informativ. Entity, mein Freund Anto... Anthony? Anthony. Oh, warte mal, hier können wir... Er hat eine Lebensleiste. Die Ding? Petting Ding? Äh, äh, ich pette ihn mal. Er liebt nicht anscheinend. Der hat eine Lebensanzeige, dem können wir auf die Fresse hauen. Alter. Wo bist du denn jetzt? Bist du zum Harbor... Zur Adventure Area bist du gegangen, oder? Ich bin in der Adventure Area. Ja, ich jetzt auch. Oha. Da ist ein delicious tree. Da bist du. Den kann ich fällen. Chop, chop, motherfucker. Oh, ich fälle den Baum. Wie geil. Oh, ich mach ne... Zack. Was kann man mit dem machen? Die sind Level 35. Hab ich. Rechtsklick. Oh, der macht mir Schaden. Ja, ich kämpfe gegen ihn. Oh, wir töten ihn nur nicht. Wir bringen ihn nur zum Schlafen. Gegen den auch nochmal. Nimm das, nimm das. Kriegen, looten wir von dem irgendwas? Ich will fast von dem looten. Chop, chop. Das Spiel ist großartig. Der könnte stundenlang spielen, Holika. Ich bin mal gespannt, ich bin mal wirklich gespannt, ob wir mehr als eine Episode schaffen vor dem Spiel. Komm mal mit, komm mal mit zu mir hier. Warte, ich hau dieses hässliche Schaf hier. Komm, auf die Fresse. Puff, Puff, oder Buff, Puff heißt er. Komm mit hier, du kannst mir doch sagen, was du willst, aber wie sehen diese Dinge aus? Das sag ich besser nicht. Hammer. Ich kann irgendwas machen. Ja, ich sammle irgendwas von dem. Guck mal, vor allem, das Schöne ist, weißt du, das Spiel macht vieles richtig, was WoW einfach falsch macht. Es gibt einfach Rohstoffe für alle. Du gehst einfach hin, oh nein, guck mal, ich dachte, das wäre unendlich viele, aber nee, du kannst es tatsächlich wirklich nur zweimal machen. Ich dachte, du könntest jetzt einfach endlos an einem Baum farm. Guck mal, ich kann jetzt irgendwie ganz schön lange an diesem Penis farmen hier. Da oben ist Redbit. Hier ist ein Rhino. Ich schlag das Rhino. Habe ich auch eine Lebensanzeige? Ich töte jetzt Redbit. Da oben. Könnte sein, dass ihr das nicht überlebt. Oh. Ich habe sogar irgendwas eingesammelt dabei, glaube ich. Wo bist du denn? Da kommt ein Rhino, was böse ist. Nee. Die Akku-Range ist jetzt nicht so groß. Geil, komm, den, 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 den machen wir zu zweit. Hier, komm, hau drauf. Ja. Oh, ich habe nur noch 50 HP. 20 HP. 34. Wir haben es getötet. Ancient Rhino. Komm, so ein Pilz geht noch, oder? Halt den Pilz, deine Ruhe. Gib den Pilz auf die Fresse. Junge, was ist da los? Alter, hier. Was ist das denn? Was ist denn hier das Vibrant Deposit? Okay. Oh, jetzt meint er was. Erhören sich dadurch eigentlich meine Mining-Skills? Warte, ich habe doch hier bestimmt irgendwo... Die Animation mit dem Kopf auf dem Stein. Slippery Wax. Komm, komm, Alter, ich wachse jetzt erst mal die Beine. Ich habe Slippery Wax. Nee, aber ich würde dann an dieser Stelle sagen, weil ich muss ja noch ein bisschen länger patchen jetzt, dass ich mich an dieser Stelle für diese Folge verabschiede. Und ja, wir werden dann sehen, was uns beim nächsten Mal erwartet. Wenn wir denn im Harbor sind und ein paar kleine Minigames mit Holika spielen. Richtig, Prinzessin Glitzer Muffin? Oder was sagst du dazu? Natürlich Laser Cupcake. Alles klar, gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Haut rein, Leute, macht's gut. Und ich richte das letzte Wort an, Prinzessin Glitzer Muffin. Freut mich ja raus. Ciao. Ciao.